Es ist deine Entscheidung, was du anziehst, aber nicht deine Entscheidung, von wem du dich angezogen fühlst. Ob du auf Jungs, Mädchen oder beides stehst, es sind deine Hormone und Gene, die das steuern. Die meisten Jungs und Mädchen merken zwischen 14 und 16 Jahren, zu welchem Geschlecht sie sich hingezogen fühlen. Und das Schöne ist, alles ist okay. Wenn du aber anders liebst als die Mehrheit, dann kann das sehr belastend sein. Du fragst dich, wie deine Familie und dein Freundeskreis reagieren. Du hast vielleicht Angst, dass du in der Schule zum Thema wirst. Bleib mit deinen Gedanken und Gefühlen nicht allein. Trau dich, Unterstützung zu holen. Wir sind für dich da. Immer vertraulich kostenlos.